Hören! Lass sie in Ruhe! Oh, oh, es tut mir so leid. Ich hoffe, diese beiden Bars-Gesichter haben sie nicht irgendwie belästigt. Und wer sind Sie? Wieso? Ich bin Thaddeus. Was für ein albernes Spiel treiben Sie hier eigentlich? Er ist Thaddeus, er ist Thaddeus, Sie sind Thaddeus, ich bin Thaddeus! Gibt es hier noch weitere Thaddeus, von denen ich wissen sollte? Miau! Hier reicht's, ich raus! Bitte nicht, nein, 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 nein! Bitte verkaufen Sie mein Haus! Niemals! Lassen Sie mich hier nicht alleine! Schönen Gegenteil, Thaddeus, wir hassen ihn! Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie sehr ich euch zwei hasse! Ich hätte ja nie gedacht, dass Thaddeus uns so sehr weint! Schönen Gegenteiltag! Ach, ach, ach!